Im zweiten Teil geht es nun darum herauszufinden, wie die Randbedingungen zu wählen sind, um den Heizwärmebedarf berechnen zu können. Hierzu schauen wir in die Energieeinsparverordnung, die zum jetzigen Zeitpunkt Gültigkeit hat, vom 18. November 2013, üblicherweise als NF-2014 bezeichnet. Den Originaltext kann man im Internet kostenlos erhalten und es finden sich auch zahlreiche hilfreiche Anleitungen von einzelnen Baustoffherstellern. Schauen wir zunächst in die Anlage 1, die sich mit den Anforderungen an Wohngebäude beschäftigt. So findet man unter dem Punkt 1,3 die Definition der Bezugsgrößen. Hier ist definiert in der Energieeinsparverordnung, dass die Wärme übertragende Umfassungsfläche A nach den Bedingungen der DIN V18599 Teil 1 Abschnitt 8 zu bestimmen ist. Schauen wir also hier rein. Inzwischen hat sich die DIN V18599 geändert, deswegen muss ich die aktuelle Fassung nehmen. Hinsichtlich der Bezugsflächen ergibt sich aber keine Änderung zu den vorhergehenden. Hier ist definiert, dass ich im Grundriss, also Maße in horizontaler Richtung, bei Außenbauteilen die Außenmaße einschließlich eventuell vorhandener Wärmedämmung und einschließlich Putz verwenden muss. Innenbauteile trifft auf unseren Fall, das heißt ein Wohngebäude nicht zu, da ich das nach Definition als Einzonenmodell rechne, also nur das ganze Gebäude. In vertikaler Richtung, also im Gebäudeschnitt gilt ebenfalls der Außenmaßbezug, also die Oberkante der Rohdecke inklusive des Dachs, inklusive eventuell vorhandener Dämmschichten. Ausnahme ist hier, dass die letzte wärmetechnisch wirksame Schicht als Außenmaß zu verwenden ist. Das gilt im Übrigen auch für den unteren Gebäudeabschluss. Fenstermaße werden immer mit den lichten Rohbaumaßen ermittelt, das heißt mit der Maueröffnung, unabhängig davon, wie der Rahmen ausgebildet ist. Und das Bruttovolumen ergibt sich demnach aus dem gesamten beheizten Volumen, das von allen Wärme übertragenen Flächen umschlossen wird.